So vorab habe ich eine Frage an euch wie findet ihr meine Video Balletkick? Kommentiert mal euch mal ein Gehirn weil ja ich nehme über PS5 immer auf das früßige jahr denke ich mal da ich über PS5 meine Videos aufnehme meine Gaming Videos und ich habe jetzt ein 4k vorangehe auch noch also von daher müsste die Video Balletkick eigentlich perfekt ein 4k vorangehe nehme über PS5 auf also eigentlich müsste wunderbar die die Video Balletkick sein. Deshalb wollen wir euch mal machen und sich hier kommentieren mal. So, dann wollen wir euch mal dann liebe Freunde guck mal an Rocket League Shop. So was haben wir hier? Hier oben haben wir vor Valko Rocket League Coins haben wir hier Giga Lackierung. Gängen haben wir hier noch Giga Aukoreifen vor Hunger Coffee Rocket League Coins. Gängen haben wir noch vor Gai Hunger Rocket League Coins Giga Aukoreifen hier in Gyn. Gängen haben wir natürlich noch Giga Aukoreifen von 900 Rocket League Coins. Weiß. Gängen haben wir noch vor 400 Rocket League Coins die Gyn Aukoreifen die nicht animiert sind. Gängen haben wir noch die Giga Aukoreifen von 600 Rocket League Coins. Gängen haben wir noch Giga Aukoreifen von 600 Rocket League Coins. Gängen haben wir noch die Giga Aukoreifen von 700 Rocket League Coins. Gängen haben wir noch die Giga Aukoreifen von 700 Rocket League Coins. Gangen Sie, bis zum nächsten Mal und dankbar zuen und kommentiert mal wie ihr die Giga Aukoreifen von 400 Rocket League Coins findet ihr boxen. Wir ragen auf PS5. Und über 4k Fahreifen gehen auf... Also über PS5 nämlich auch... Aber über meine 4k Fahreifen auf und wenn Sie die Giga Aukoreifen. Also von daher wollen wir mal die Giga Aukoreifen von 400 Rocket League Coins integrieren wie ihr die Giga Aukoreifen von 900 Deshalb freue ich euch gerade und bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen.